Hallo, heute machen wir ein veganes Gemüsecurry und zwar sind hier die schönen Zutaten und das fein kleingeschnittene Gemüse. Wir geben ein bisschen Sesamöl in eine Wokpfanne, braten da drin Zwiebeln und Knoblauch an, dann braten wir noch Champignons und Shiitake Pilze mit an, Brokkoli geben wir dazu, Karotten, Zuckerschoten und Lauch, das braten wir alles schön an, dann wird das Gewürzt mit Wok gewürzt und zwei Teelöffel rote Currypaste, Gemüseform geben wir dazu, rot und gelbe Paprikastreifen, Bambussprossen, dann löschen wir das Ganze noch ab mit etwas Kokosmilch, zum Schluss kommen dann noch Frühlingszwiebeln dazu und Ananas und das Ganze wird angedickt mit ein bisschen Maisstärke. Guten Appetit!